Top 10 heute mit den 10 beliebtesten Reisezielen. Es ist so kalt geworden, lasst uns ein wenig Urlaub machen. Nummer 10, Malaysia. Dieser Start in Südostasien verzeichnet respektable 25 Millionen Besucher im Jahr. Hier läuft's richtig gut mit dem Tourismus, ist übrigens dank zahlreicher Rohstoffe und Bodenschätze auch ein sehr reiches Land. Nummer 9, Russland. Moskau, Kreml und Co. ziehen jährlich 25,7 Millionen Touristen an, obwohl es hier ganz schön kalt sein kann. Ja, Russland hat kulturell einiges zu bieten. Schaut mal, da ist aber ne tolle Stimmung. Nummer 8, UK. Und die besteht aus England, Schottland, Wales und Nordirland und da kommen auch mal schnell 29,3 Millionen Besucher im Jahr zusammen. Allein London ist doch immer ne Reise wert. Die Nummer 7, schaut an, Deutschland mit 30,4 Millionen Touristen im Jahr. Brauchen wir uns nicht zu verstecken. Also darauf eine Runde Freibier. Oh ja, super Stimmung. Nummer 6, Türkei. Also da habe ich sogar schon zweimal Urlaub gemacht. So auch 35,7 Millionen Besucher im Jahr schätzen Kultur, Strände und Gastfreundschaft. Nummer 5, Italia. Prego. 46,4 Millionen genießen La Dolce Vita. Und was spricht auch gegen ein romantisches Wochenende in Venedig. Die 4, China. Mit sagenhaften 57,7 Millionen Besuchern im Jahr. Hinzu kommt, dass die Chinesen selber auch sehr gerne innerhalb des Landes verreisen. In einem Monat machen das hunderte Millionen Chinesen. Nummer 3, Spanien. Olé. Und genau wie in China 57,7 Millionen Besucher im Jahr. Und zu Spanien gehört ja auch richtig Mallorca. Also könnt ihr davon ausgehen, dass ein Großteil der Touristen aus Deutschland kommt. Die 2, die USA. Ja, da gibt es viel zu entdecken für die 67 Millionen Besucher im Jahr. Canyons, Städte, Highways, Strände. Den American Dream gibt es immer noch. Und die Nummer 1, Vive la France. Ja, Frankreich ist das beliebteste Ziel in nahezu allen Ländern. 83 Millionen Besucher im Jahr. Das ist schon eine Hausnummer. Und alle wollen auf den Tour Eiffel, Champs-Élysées. Ihr wisst Bescheid. Das waren die 10 beliebtesten Reiseziele. Auf Wiedersehen. Hier gibt es verrückte Videos. Schaut unbedingt mal rein und abonniert.